Nummer 3. Rival Benzin betriebene Bodenfräse mit 140 Kubikzentimetern Hubraum. 40 Zentimetern Arbeitsbreite. OHV 4 Taktmotor und einer Leistung von 3,17 Kilowatt. Sie hat eine Arbeitsstiefe von 26 Zentimetern. Sie hat ein vorderes Transportrad. Das Gerät wiegt 29 Kilogramm und hat eine zweijährige Garantie. Sie eignet sich für den Hausgebrauch, für die Arbeit in kleinen Gemüsegärten. Sie ist robust, wirtschaftlich und praktisch in der Anwendung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2. Leichte Bodenfräse mit 4 Takt OHV Motor mit Ventilen am Kopf. 6 Deichselgruppen mit 4 x 30 mm Querschnitt mit abnehmbaren Doppelschraubenblättern. Montiert auf einer 25 mm Welle mit Pflanzenschutz. Ermöglicht das Arbeiten mit 6 oder 4 Gruppen von Messern mit der Möglichkeit die Arbeitsbreite einzustellen. Inklusive einziehbarem Transportrad und Stift mit 4 Höhen von 8 x 30 mm einstellbar. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1. Der EMAC K 800 Stunden 4 Taktmotor ist so konstruiert, dass er auf Dauer optimale Leistung und Qualität gewährleistet. Er zeichnet sich aus durch oben liegende Ventile, Zylinderlaufbuchse aus Gusseisen, Doppelsegmentkolben. Er erfüllt die Umweltschutzvorschriften und bietet folgende Vorteile. Höheres Drehmoment, geringerer Benzinverbrauch, längere Lebensdauer, geringere Emissionen, geringerer Ölverbrauch, weniger Lärm und weniger Vibrationen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.